Während meiner Golfreise jetzt hier in Islantilien, Spanien, habe ich die Gelegenheit, neun Golfer anzuschauen beim Training und dann, wenn ich auf dem Platz mit ihnen bin. Drei der Spieler haben Handicaps um die 10 und die anderen haben Handicaps von 20 bis 54. So, das ist ein schönes Spektrum von Golfern, die sehr typische Fehler machen. Ich glaube, dieses Video kann dir auch sehr helfen, weil mindestens eine der Punkte in diesem Video werden dich treffen. So, ich möchte anfangen mit einer der typischen Schwünge oder Schwungtechniken, die es gibt. Und was ich da meine ist, ist, dass der Golfer sehr flach ausholt. Die Arme sind jetzt ganz dicht am Körper, an der Brust. Und dieser Golfer ist gezwungen, nach vorne die Arme zu bewegen. Die guten Golfer kriegen es hin, im richtigen Moment dann den Schläger auf die Ebene zu bekommen. Aber das braucht sehr viele Jahre Golf-Training und Bälle schlagen. Aber natürlich gibt es auch Golfer, die dann weiter nach vorne kommen. Dann sind sie außen und der Ball wird geschnitten. So, meine absolute Lieblingsübung ist es, dem Golfer diese Übung machen zu lassen. Ich sage, ich schwinge gerade zurück zu mir, also zur Kamera, bekomme die Hände gleich hoch. Weil Golfer, die flach ausholen, die bekommen auch die Hände hoch. Aber die bekommen in so eine Bewegung. Und leider bedeutet das dann nach da. Wir wollen dieses vermeiden. So, wir holen ganz neutral aus. Gerade, während wir uns drehen, Hüfte und Schulter. Und die Hände kommen automatisch höher. Mit einem Schläger, der leicht nach links zeigt, der etwas gelegt ist. Jetzt von dieser hohen Position, sage ich, mach jetzt einen Schleifer nach unten. Und dann nach rechts durchschwingen. Das ist am Anfang so ein komisches Gefühl. Aber es gibt dir das Gefühl, die Arme zu senken und zum Ziel durchzuschwingen. Und schön ist, wenn ich meine Arme hier bringe, dann fange ich automatisch mit meinem Körper, Unterkörper zu arbeiten. Wenn ich da starte, bleibe ich unten stehen. So ist es einfach. So, mit Ball sollte man es nicht tun. Aber beim Probeschwung einfach ein paar Mal diese Schleife tun. Ein Gefühl dafür bekommen, dann zum Ball gehen und schlagen. Ich schlage vor, das machst du erst mal nur auf der Range, falls du es ausprobieren möchtest. Und teste es da immer, immer, immer wieder, bis du eine neutrale Rückschung hast, statt einen flachen. Und bis du dann auch damit Bälle gerade schlägst. Aber das ist ein super Weg, endlich weg von diesem Flachausholen und steil abschwingen zu kommen. Okay, mit diesem Gefühl werde ich jetzt einen schönen geraden Ball schlagen, vielleicht einen Droll. Vor ca. 15 Jahren war das Paar 4 hier in Islantilia auf dem Blauen Platz wahrscheinlich einer schwersten Löcher in Europa. Das ist jetzt ein Paar 5. Ich habe jetzt meinen dritten Schlag und ich möchte ein Chip and Run spielen mit meinem Eisen 9. Die Fahne ist kurz gesteckt, das Grün ist relativ fest. So, ich entscheide mich für diesen Schlag. Nur hier möchte ich dir was Wichtiges erzählen. Wenn du die Schläge ums Grün herum machst, versuche das zu vermeiden, zu drücken und den Ball zu schlagen. Nur das klingt einfach, aber nicht so einfach umzusetzen. Aber was mir sehr hilft, ist beim Abschwingen mich zu drehen, das Gewicht leicht zu verlagern. Und dann mit meinen Händen halte ich ihr den Schläger. Ich schlage nicht. Ich habe nicht, das ist jetzt das Entscheidende, ich habe nicht das Gefühl, dass ich den Schläger schließen muss. Der Schläger wird gerade bleiben. Durch die Rotation bekomme ich die Schlagfläche gerade. So, ich lasse einfach Händen und Schläger laufen. Und das gibt mir einen super guten Kontakt. Das gibt mir viel Sicherheit. Falls ich den Boden zu früh treffe, treffe ich den Boden dann wirklich nur mit der Sohle. Es ist absolut weich. Und je mehr ich diese Technik des Laufenlassens, des Nichtschlagens verwende, desto weniger Schwung brauche ich, um den Ball dahin zu bekommen. Okay, so, Landepunkt. Es sieht, als ob ich schlage. Das tue ich nicht. Ich lasse laufen. Und das solltest du unbedingt ausprobieren. Jetzt sitz. Oder geh rein. Uh. Okay, so, vor allem, wenn du ein bisschen zückst oder fette Schläge hast beim kurzen Spiel. Das geht für alles ums Grün herum. Drehen. Und das Gefühl haben. Und da ist überhaupt keine Spannung in meinen Händen, Armen und Schultern. Und wichtig ist, das Blatt, nicht versuchen, das Blatt zu drehen. Das passiert von alleine durch die Drehung. Und macht die Dinge ohne Divot. An den Golftagen dieser Reise gehe ich dann während der Golfrunde von Flight to Flight. Und was mir immer auffällt, oder sehr oft auffällt, ist, dass es ausschließlich geradeaus gezielt wird. Und der Golfer sieht, wo die Gefahren sind. Aber trotzdem ist Mitte Failway, sieht immer so gut aus. Oder die Fahne, direkt auf die Fahne scheint eine gute Idee zu sein. Und es ist nicht nur die Teilnehmer dieser Golfreise, die sowas tun, sondern alle Golfer auf der ganzen Welt. Wir zielen zu gerade. Nur ist es natürlich sehr wichtig, dass man guckt, wo die Gefahrseite ist. Ja, auf diese Part 4. Auf der rechten Seite ist ganz sicher Gefahr. Da unten möchte ich nicht liegen. Das ganze Fairway neigt nach rechts. Der Ball wird in Penalty Area ganz sicher rollen, wenn der zu sehr rechts landet. So, ich werde jetzt mich nach links ausrichten. Aber da ist nicht die Arbeit getan. Weil, vielleicht kennst du es selber, wenn man sich nach links ausrichtet aus Rechtshänden, ist die Gefahr da, dass man den Ball noch mehr anschneidet. Und dann geht er trotzdem nach rechts, da wo man nicht möchte. So, ja, Ziel auf die sichere Seite. Aber wenn du nach links musst, möchtest du einen geraden Ball nach links schlagen, vielleicht einen kleinen Fade. Aber damit der Slice nicht kommt, achte bitte sehr darauf, dass du spürst, wie du einen ganz kleinen Bogen beim Abschwingen nach unten machst. Und danach kannst du dich drehen, so wie du möchtest, nach links. Aber der Abschwung muss so starten. Ja, Tendenz ist so zu starten. Und dann wird man ihn recht nach rechts slicen, weil man offen steht. Okay, so, ich werde genau das versuchen. Das ist eine enge Bahn, eine kurze Bahn. So, ich habe meinen Hauptsieben. Müsste eigentlich kein Problem sein. Aber ich bin vorsichtig, dass ich den Abschwung gut starte. Und da kommt nur ein leichter, leichter Fade. Der landet Mitte Bahn auf dem flachen Plateau. Okay, ganz wichtig. Richte links aus, aber starte auf der Ebene. Und natürlich, das Gleiche gilt, wenn du nicht nach links möchtest. Richte dich nach rechts aus. Aber pass auf, dass du nicht zu sehr von innen nach außen schwingst. Weil sonst wirst du den Ball hooken. So, da musst du auch schauen, dass du dich drehst durch den Ball gleich, damit der Ball nicht zu sehr hookt. Aber ich denke, die erste Variante, links stehen, nicht nach rechts leisten, ist für die meisten Golfer wichtiger. Was man meistens im Bunker sieht, sind Schwünge, die nicht sehr ähnlich sind zu dem Standard-Golfschwung. So, da sieht man, dass Golfer manchmal sehr weit links stehen und den Ball anschneiden. Oder es wird versucht, den Ball hoch zu helfen. Ja, durch Schaufeln, durch Löffeln, alles Mögliche. Aber es ist so wichtig, dass du im Bunker einen guten Schwung machst. Und der Bunker ist ein idealer Ort, Schwung zu trainieren. So, was du tun sollst, ist folgendes. Geh in deinen Bunker und mal mal ein paar Linien. Ich male eine Linie gerade zurück zu dir, zur Kamera. Und von da mache ich einen kleinen Bogen und male die Linie dann wieder zurück. So, das ist für mich ein Anhaltspunkt. Ich möchte gerade zurück den Schläger führen, statt nach hinten. Und dann von da möchte ich einen ganz kleinen Bogen spüren und den Ball leicht von innen treffen. Das ist die Technik eines guten Golfschwunges. Ich stehe klar, ich stehe anders zum normalen Bunkerschlag, zum normalen Schwung. Meine Füße sind breiter, der Ball ist leicht vorne. Ich ziele auf einen Punkt etwas rechts vom Ball. Und ich merke jetzt diese Linie. Das ist was so geniales im Bunker. Man kann richtig... Und es ist recht genial. So, zwei Punkte. Wenn du im Bunker bist, mach normale Schwinge. Stehe nur etwas anders. Breite Ball vorne, Hände tiefer. Ja, vielleicht winkelt man auch ein bisschen früher. Das ist deine Entscheidung. Aber mach nicht irgendwas komisches, um den Ball hoch zu bekommen. Der Schläger macht die Arbeit. Und wenn du deinen Schwung trainieren möchtest, der Bunker ist super dafür geeignet. Aus Anhaltspunkt kannst du dann sehen, wo du hin musst. Das ist ein kleiner Golf-Trainer. Das ist ein kleiner Golf-Trainer. 조금 twenties